Jo, Grunde 2, Backe's wählt. Der Kumpel da wählt. Ja, okay. Komm mal. Oh, Gott. Mal gucken, ob ich dich genauso hole wie Despin, oder ob ich durchgehend versage. Schau, 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 schau. Da wird ein knappes Ding dabei. Ja, ich kenne sie schon, aber sagen wir mal so, ich bin bisher nicht wirklich gut in Multiplayer. So, was war mein Ding? Diese kleinen Dinger. Blöd finde ich sehr, dass ich nicht auf die beiden verteilen kann. Hey, ein Punkt. Gut, der magisch. Hä? Wieso? Fuck. Okay, lernen musst du mal Fahrerbahn. Ich? Nee, eke. Ah, da hat er mich mal geholt. Nice kill. Nice kill. Da kämpft der da und guckt vorher auf mein Bildschirm. Was für ne Pussy. Er guckt auf mein Bildschirm. Wie geil ist denn der drauf? Oh Gott. Ja. Ich hab dich nicht so gut, Digga. die Städte 3 3 3 2 3 um und nicht normal k k k k k k k k Auf Aufzug! Vorher bei der Thronfilze! Ah, du witzig! Ah, du homo! Wann können wir gleich nochmal spielen? Nein! Gegenruf die über Freien von Ach, der hat die Waffe auch noch nicht gef不對 wechselt ja, aber vorher hattest du den Schub, wente nein, nein da war ja schlecht von mir das muss man dann vom Beispiel echt ausnutzen müssen ja, dann nebenbei auf meinen Bildschirm guck ja, das ist ein Schub zuerst ja, das ist ein Schub zuerst ja, das ist ein Schub zuerst ja, gut ja, ich weiß noch extra so ne MP aber auch die explodiert einfach nicht wir sind schon als MP was mit elektronischen ja mit dem reicht es einfach ich habe mich lange nur an der Nase rumführen lassen Kontrollerspieler was ja warum hat es es ist klar, wenn du gewinnst kommst du noch gegen mich ja, ich habe die Fallen sehen hier was lol Böhm mit ohne zu gucken gerade irgendwie hier und vor allem breitenkrieg noch nie nein da waren Prozent Prozent und den Stauberwolle die schon der Ecke platziert worden in der Fall nicht bringen Nö, nicht mehr Röntgen da abwarten aber so als gehörte der dägen Jetzt holst du auf, ja. Was? Wir spielen beide notermassen schlecht eigentlich. Beide gleich gut oder schlecht. Ich habe noch aufgenommen. Das kenne ich die Spawnpunkte. Das Ding. Er hat es auch. Oh, das hat mir nicht was eingeholt. Ich hab's ja. Wieder das Ding. Ich hab' mir lieber beim Gemäge liegen. Fuck, ist es mir doch mal Mühe. Du würdest nicht weiß, was du gegen mich spielen willst. Ne. Darauf geht ich einfach nie ein Kollege. Okay. Fuck. Schade. 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 die mit mit schon up-aim? du kleiner homo vorne ich brauch ihn nicht mal längst wieder ja, ich hab kein Wettbewerb die ganze Zeit, ne? ja, ist egal wieso hab ich den denn nicht geholt? Alter, ich hab doch die ganze Zeit auf den Hof gefeuert so, aber ich soll wieder langsamer sterben ja ja mal einfach mal kämpfen okay mit Lagerfeuerlied und vor ja, nein, klar, alter was geht denn still ja wie ein Kaninchen an der Stange ich lasse da nie wieder ich hab gesehen, was tut mir so lange nur auf andere Blatt und wurden eben wieder die Füße fünf und sieben und ich habe mit Witzelbüten noch sie ich bin der europäische das mehr Ich habe den Abstand geholfen. keine granaten und nicht von dir läuft bei ihm auch was was nein Mist das war so schlecht jetzt fällt der Schwingermann vorbei Nein! Wie bitte? Was? Ja, aber warum Alter hat sie gesehen? Ich hab die die ganze Zeit abgelehnt die 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 zählte erwerbte die zählte und dort doppelte neue auch wieder was schön gelbe von der seite auch noch an der seite und das dem einen wieder nicht Prozent mein Mann muss man sich an weißt du wie denn es hier auf meinem Bildschirm geguckt hat ja wir spielen jetzt hoffen wir haben ja auch noch mehr ja der Aufgleich die 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 er wird nicht gewinnen da hinlaufen verreckt doch alter Schwede was willst du denn noch alles ja komm versuchen wir uns mal mit Buckets sein aber für was hältst du davon ich komme einfach auf Stroh nicht klar ich kann das nicht ich kann nicht steht vor mir und nicht ja aber er holt mich trotzdem trotz ganz Alta und die Füße wir haben das läuft als abgibt die Hände die Welt das hat sich Stauberfalle Weg die 6.0 warum hast du dich nicht aufreißen sie ist Klapp ja kann ich noch machen müssen jetzt schwitzt der Frank weil der unbedingt ging ich gucke aber auch gut auf einem anderen Bildschirm ich? ja nein fuck off steig dich an jetzt wirst du entscheiden diese Texturen alter nein nein ja boob ich geh da weg war zwar verdammt schlecht aber wie ist das Video gekommen? da ein Glücksschuss ja ich wusste wie weit du ein Pferd warst na komm lass mich mal boah Hilfe war doch ein engel Kipp ich mach mir nochmal eine Klasse eben ich dachte schon für einen Moment dass ich verliere Alter ich dachte das kann doch nicht wahr sein ok aber er ist ja auch ein geübter Consolero ne im Gegensatz zu jetzt ziehst du mich mal richtig verkacken wir können das gleich nochmal gleich mit Black Ops 2 machen nein mit Fummy Mode Fummy Mode bleib dir an eurer Pussy dann lass uns haben wir heute genauso Pssssss raus 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 lasst raus 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 анти